Wie sollte ich mich für die Medienwelten meines Kindes interessieren, damit ich verstehe, wo der Spaß und wo auch die Risiken liegen in den Spielen, in den Online-Apps. Nur wenn ich das verstehe, werde ich auch von meinen Kindern verstanden, wenn ich mit ihnen dann darüber sprechen will, wo die Gefahren liegen. Wie kann ich das machen? Ich kann am besten beobachten, wie es den Kindern geht, wenn sie die Apps nutzen, vielleicht dabei zu sein, vielleicht im gleichen Zimmer zu sein. Und dann sehe ich am besten, wann der Spaß aufhört und wo Probleme beginnen. Family-Apps sind gute Apps, die Kinder ein bisschen zu kontrollieren, aber ersetzen nicht die Begleitung.